so hallö schön auch an youtube ja wir sind jetzt live und headset ist bei gerda aber wieder leider aus sie hat leider ein headset problem ja da ist ein wackelkontakt drin und mal kann man zu hören und mal leider nicht hör mal du hast doch ein mikro bei dir am pc dran gerda das geht gut los wir starten den stream und kerter fliegt raus wir haben auf die 1 14 geupdatet das texture pack ist auch cedar craft aber von der 1 13 ich hoffe das gibt hier keine probleme und ich hoffe gerda kommt jetzt wieder rein weil wir haben ja echt irgendwie wieder technische probleme und deswegen ist der stream jetzt auch fast eine halbe stunde zu spät ja und toggle dawnfall geht auch nicht mehr zumindest ist auch die wettermaschine nicht mehr und da muss rangi noch mal dran er hat mir mal irgendwo was gezeigt was man da machen kann aber das wird aber trotzdem gespeichert das ist sehr gut wir sind jetzt 20 minuten hier drin und ist schon das zweite mal das ist jetzt wieder gewittert und was weiß ich nicht da hat sich leider nichts daran geändert bei der 1 14 ist das jetzt so dass die sich sogar schlafen legen die dorfbewohner das finde ich richtig gut ja das gefällt mir jetzt gucken wir mal ab hier oben auch einer liegt ja hier oben liegt auch einer das heißt solange nacht ist sind die jetzt am pen und tagsüber denke ich mal werden sie wieder aktiv werden ist jetzt nur die frage was mit der lieben gerda ist ja ich würde ja super gerne mit ihr jetzt zusammen was spielen und ich rufe sie noch mal an ja meine lieben ich sag mal ich möchte mich mal eben obwohl ihr hört sie ja auch gucken wir mal geht ja wieder super los hier okay ja du hast jetzt auf computer umgestellt mit mikrofon wenn du jetzt bei teamspeak selber mal rein gehst ne die ausgabe muss ja dann auch interne lautsprecher sein wird ja würde ich mal ausprobieren ja auf jeden fall muss nämlich bei aufnahme quasi wo das mikro ist muss ja dann auch umgestellt werden weil uns denkt er ja du würdest immer noch über headset reden und das tust du ja das tust du ja dann überhaupt nicht das tust du ja dann kann man das tust du ja dann auch eine tust du ja dann auch ein bisschen Ah, okay. Verstehst du? Also, lass uns mal auf und wir fassen uns einfach mal. Soll ich halten? Weißt du? Okay. Tschüss. Tschüss. Ach ja, lieber. So, also im Moment ist es wieder okay. Aber wer weiß schon, wie lange. Letztes Mal hat es ja recht lange funktioniert, ne? Ja, beim letzten Mal ging es echt gut. Ja. Deswegen dachte ich ja, es geht. Aber vielleicht ist das temperatlich abhängig. So, dem Headset ist auch zu warm. Ja, das kann man aber verstehen. So, also ich habe nicht ausprobiert, ob die Welt jetzt hier noch funktioniert mit abbauen, anbauen und tralala. Aha. Das müssen wir natürlich ausprobieren. Ja. Ja, also was jetzt anscheinend neu ist, ist, dass die Dorfbewohner sich jetzt auch schlafen leben, richtig. Das finde ich cool. Ja, aber bei mir ist auch alles Eichenholz geblieben, bei den... Ich habe ein leeres Inventar. Du auch? Ich nicht. Nee, doch nicht. Nee. Doch, jetzt habe ich wieder was im Inventar. Gut, okay. Du hast mir gerade Angst. Da hinten bist du. Okay. Genau, ich wollte mal gucken, ob hier so weit alles beim Eichen geblieben ist. Also bis jetzt habe ich keine Fehler, obwohl das Textrapack von der 1.13 ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann werden wir es schon sehen. Du hast doch auch die 1.14, ne? Klar, sonst können wir ja jetzt nicht spielen. Kommen wir mal zusammen zum Wasser... Es ist schon wieder dran. Wirst du mich verarschen, Spiel? Ja, du hast so ein Biom-Hustau-Anträge hier. Das ist... Ich komme von Anfang an. Zum dritten Mal jetzt. Zum Wasser gehen. Ja, ob du hier das mit den Korallen hast, weil ich habe das nicht. Das kommt drauf an, in welchem Biom wir hier sind. Ach so. Die Korallen gibt es nur in einem warmen Biom. Ah, ich habe gedacht, das wäre generell... Das könnte man hinten... Hattest du hinten bei der Wüste irgendwo? Ozean? Boah, nicht, dass ich wüsste. Und in einem See gibt es das auch nicht. Du musst da am Meer sein. Ah. Im See könntest du hier höchstens Forellen haben. Wir gucken mal. Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt allgemein so mit diesem... Gehen wir mal hier zur Seite und schauen mal in deinem Wasser. Du hast bis jetzt ja noch gar nichts gespawnt. Doch hier. Hier hast du Forellen. Ach, wie geil. Und das bedeutet, dass du in einer kalten Region bist. Aha. In einer warmen Region wäre es Kabeljau, glaube ich. Da kannst du nicht auf Korallen rechnen. Mal, wir könnten gucken, hinten wo die Wüste ist bei dir. Ja. Da müsste ja eine warme Region sein. Gibt es da irgendwo ein Meer oder ein großes Gewässer? Können wir ja gucken gehen. Warte mal, ich gucke mal eben, ob ich meinen Kompass mit habe. Jo. Und ich zeige dir mal gerade, wie die Baumstämme aussehen, wenn man da einmal mit dem Rechtsklick mit der Axt draufhaut. Hä? Dann sind die entrindet. Aha. Die haben eine andere Textur. Und wofür macht man das? Naja, um einfach einen hübscheren Baumstamm zu haben oder einen anderen Baumstamm zu haben. Okay. Ja, es gibt eine andere Holzart für Fußbinden oder was weiß ich. Ah, okay. Hier in der Richtung geht es doch zur Wüste, ne? Ja, hinten zum Dom wieder raus, ne? Ja. Links. Kann man hier irgendwo hoch, ja. Aber natürlich. Ja, da können wir ja marken, ob du da Viecher hast und Delfine. Ah, Delfine! Delfine! Ah, schön! Ja, das hier muss noch schöner gemacht werden, hier. Ah, gut, das kann man hin. Fress mal jetzt nicht. Ja, ich habe gerade eben vor dem Stream gedacht, ach, guckst du mal. Ach so, wir sollten, glaube ich, hier außerhalb schon gehen, ne? Ach so, dann kommen wir hier, ja, genau. Guckst du mal, wenn Optifine... Oh, geil! Gestern Optifine rausgekommen. Dann CedarCraft geguckt. Scheiße, kein CedarCraft. Dann habe ich mir zwei andere runtergeladen. Und das sieht einfach so portenhässlich aus. Und dann habe ich gesehen, dass man CedarCraft auch für die 1.13 war. Und das scheint zu funktionieren. Also ich habe jetzt, äh, keine Probleme bis jetzt. Werde ich es gleich sehen. Na schön, dann wollen wir mal hoffen, dass das auch so ist. Ja, das wäre schön, weil dann konnte ich das nämlich hier erstmal weiter benutzen, weißt du? Ja. Naja, da wäre ich ja, äh, aber hattest du denn jetzt, äh, bei dem Bied gesehen? Was habe ich gesehen? Ich habe doch auf den Baumstamm drauf gehauen, mit einem Rechtsklick. Ja. Hat das bei dir einen Unterschied gegeben, in der Textur? Ja, das sah furchtbar aus. Aha. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es in Vanilla aussieht, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Sieht aus wie schön, wie gehobelte Holzblatter. Ja. Sieht ganz schön aus. Ja, vielleicht liegt das daran, dass, ähm, hm, weiß ja nicht. So, wo gibt es denn hier ein, ein Meer? Ja, oder sowas? Ja, wir müssen aber mal gucken. Auf jeden Fall hat man das gesehen, ähm, dass ich da was getan hatte. Okay. Gucken wir mal, ne, ob wir hier irgendwo besser können haben. Ja. Wir hatten Wasser da, wo der, der, der Unterwassertempel war. Ja. Oh, Kakao. Ozeanmonument, aber das ist ganz genau in einer anderen Richtung, ne? Soweit ich weiß. Müsste ich gleich mal gucken. Ich müsste irgendwo die Koordinaten hier noch haben. Das ist genau in einer anderen Richtung, meiner Meinung nach. So. Habt ihr hier irgendwo ein Meer? Ach, Mensch. Ach, guck mal, gehen wir mal auf Reisen. Ja, mal sehen, ob ich rausfliege. Nee, bitte nicht, du. Ich glaube, da vorne ist Wasser, oder? Ist das nur noch nicht geladen. Doch. Das ist Wasser. Wasser! Da können wir ja mal gucken. Mein Bruder, mein Bruder damals, als er noch klein war. Wasser! Wasser! Voll süß. So, und? Da ist schon mal ein Delfin. Wo? Da! Rechts, da springen sie. Ach, wie schön! Normalerweise, ja, die fiepen auch, hörste. Und wenn man jetzt taucht, wenn man untergeht, hat man eine ganz viel bessere Sicht unter Wasser. Oh, das ist ja voll schön. Deine Luftblasen erholen sich, wenn du auftauchst, nur langsam. Jo, stimmt. Das ist langsamer als sonst. Ja. Aber ist auch realistischer. Ja. Ach, wie cool! Wollen wir mal zu der kleinen Insel dahin schwimmen? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Und dann mal gucken, ob es da vielleicht Korallen gibt. Eigentlich müsste es doch ähm, hier Seetangwälder geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir hier auch so ist, weil, obwohl, der müsste ja eigentlich, ne? Eigentlich schon. Ach, schön. Mit Delfin. Ich mach dir mal hier eine Fackel hin. Ja, schön. Dankeschön. Bitte. Grüß, Jada. Ja, war ich. Ja, danke, Gruß zurück. Ich habe gerade Vampie bekommen. War es dein Papa? Ja. Ach, Mensch, wie lieb. Frikantel Spezial. Du darfst warten, was hier gerade los ist. Hier regnet's. Och, Mann. Och, Mann. Ja, und keine, komisch. Feine Kelbwälder. Hm. Messiv, hi! Na, ich habe hier gerade Frikantel Spezial bekommen mit Pommes. Voll geil. Öle. Ja. Hier sieht es nicht so aus, als du hier Korallen und was weiß ich hättest. Warst du hier überhaupt schon mal? Ich meine ja. Ich meine ja. aber okay. Ich kann mich auch täuschen, ne? Nice. Ja, finde ich auch total geil. guck mal. Guck mal, Steffi. Ja. Da drüben sieht's aus, als würde Land in der Luft eben. Warte. Wo? Da, wo ich hingucke. Jo. Das sieht ja ganz crazy aus. Mal gucken. Was ist hier für ein Fisch im Wasser? Das ist eigentlich Warmwasserfisch. Das ist, äh, der ist nicht rot. Das ist Kabeljau oder so. Also hier könnte es dann auch irgendwo Korallen geben. Okay. Ich bin im Lörg-Lörg-Modus für immer, ne? Jo, alles klar. Mach du mal. Eigentlich da ist Delfin. Ja. Ja, aber hier ist nix, ne? Hier ist ne Höhle. Sei vorsichtig. Dinge, die einen anziehen unter Wasser. Neue Rezepte verfügbar. Neu. Ich hab von dir grad einen Sand bekommen und jetzt hab ich einen neuen Rezept. Ich hab noch nie was mit Sand gemacht. Ja, süß da. Das ist ganz neu. Tja. Oh, schade. Mit deinem Headset wieder. Okay. So. Wieder da. Hey. Gucken wir mal, was da in der Luft ist. Das zu einem Dorf gehört oder was da los ist. Ach, es gibt ja jetzt auch die bösen Dorfbewohner, ne? Tatsächlich? Noch auf keine gestoßen. Ja, es gibt bitte als... Hä? Das sieht so gewollt aus. Hä? Ähm. Ja, eben. Was ist das? Mit der 1,14 gibt es doch auch böse Dorfbewohner. Die auch die, äh, deinen Dorf und sowas angreifen. Ja, nur wenn man Feinde anhat. Sowas hab ich ja nicht. Ah, okay. Also das Ding weiß ich nicht, was das sein soll. Sieht komisch aus, oder? Mhm. Gut. Das sieht so aus, als ob das irgendeiner mal da hingebaut hat, aber... Ich wüsste jetzt nicht, wer und warum. Oh, das geht ja wieder weg, oder? Jetzt bin ich wieder da und dann bin ich nachher wieder weg und... Ach, Edson. Ja, deinem... Edson ist auch zu warm. Mhm. Gehen wir langsam wieder Richtung Heimat? Ja, können wir machen. Ah, mit den Delfinen, das ist total geil. Es gibt in der 1,14... Ja. Es gibt in der 1,14... Einen Hennen. Der taucht irgendwann auf und steht da mit zwei Lamas dann rum und nervt immer durch seine komischen Geräusche und bietet dir was zum Handeln an, aber meistens ist es Schrott. Okay. Ich hab bei dem noch nie was gekauft. Der bleibt 40... 40... ... ... ... Da ist ne Fackel. Ne, die ist nicht von... Ne, das ist die nicht von grad eben, ne? Ne. Ne. Die muss von früher mit weg irgendwie sein. Ach klar, hier ist ne Höhle. Hier waren wir mal zusammen drin. Ach so. Oder? Keine Ahnung. Sind wir mal hier rausgekommen. Kann ich mich nicht erinnern. Ich war in Minecraft und in so vielen Höhlen. Weißt du? Ja. Das stimmt wohl. Und hast du immer noch den Rand unten irgendwie? Ja. Ich kann auch nicht verstellen. Ich nicht. Bei mir ist es richtig Vollbild. Hm. Kann ich nicht machen. Dann nimmt OBS nicht auf. Ach so. Technik, wa? Hm. Sollte doch einfach nur funktionieren, bitte. Ein Küchel, ja. Ich weiß nicht, warum wenn ich sobald ähm noch anders. Sobald ich ähm in Vollbit-Modus gehe hört OBS auf äh das zu zeigen dann wird der Bildschirm schwarz. Ja. Und normalerweise habe ich hier oben immer so einen so kleinen Balken gehabt weißt du wo man minimiert und sowas. Ja. Das hatte man ja normal immer gesehen. Das habe ich jetzt irgendwie unten. Ganz komisch. Ah, aber hier waren wir. Da waren wir mal mit ähm jetzt sag doch mit Tabo drin. Ja. Waren wir nicht sogar mit Tabo und Rote? Weiß ich. Ne, oder? Ne, nur mit Tabo glaube ich. Oder? Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Folgen sie mir unauffällig. Jetzt kommen wir hier zwischen diesen hohen Klippen durch wo ich immer eine Hängebrücke reinbauen wollte. Mhm. Mhm. Die Frikantel ist schon weg. Mhm. Hier sind wieder Forellen im Wasser. Die Roten äh ne Lachse. Die Roten sind Lachse. Bist du untergegangen? Ne. Stehe hier. Warte. Stehe deinen Namen. Ah, da. Okay. 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 Okay.